Hallo und herzlich willkommen zum Freileben Kongress. Schön, dass du da bist. Ich bin Klaus-Stefan Duffner, Diplom-Informatiker und Mentor für Online-Business und gemeinsam mit meiner herzallerliebsten Frau Carmen, wollen wir dir Inspirationen und Umsetzungstools an die Hand geben, sodass du sofort loslegen kannst. Mein heutiger Gast ist Sandra Weber. Sie ist Gründerin der Teki Academy, Autorin und Visionärin. Ich freue mich mega, dass das geklappt hat. Liebe Sandra, bitte stelle dich doch noch mal vor. Was habe ich vergessen? Gar nichts. Alles gut. Vielen, vielen Dank für die Einladung und die schöne Einleitung, Klaus-Stefan. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und dass wir über Freiheit sprechen. Freiheit in allen Dimensionen, das ist ja auch genau mein Thema und da freue ich mich drauf. Genau, das wäre zuerst meine allererste Frage. Was bedeutet denn für dich Freiheit, liebe Sandra? Ja, und das ist eine große Frage, ja. Alles hat ja immer mehrere Dimensionen. Also wenn wir jetzt Freiheit aus Sicht eines Gefängnisinsassen anschauen, dann ist das einfach nur nicht eingesperrt sein und irgendwann kommen wir dazu, dass Freiheit doch etwas viel, viel Größeres ist als, ja, also es geht weit darüber hinaus, frei reisen zu können oder sich etwas leisten zu können oder in der Beziehung eine gewisse Freiheit zu haben. Wenn wir wirklich frei sein wollen, dann bedeutet das, in jeder Hinsicht, in jedem Aspekt unseres Lebens auch komplett frei denken zu können, vollkommen frei zu sein, uns dann auch wieder unserer göttlichen Führung hingeben zu können, weil eben nichts mehr dagegen spricht, weil nichts hier hält von den alten Prägungen, ja. Und das ist schon ein großes Ding. Also die Menschen sagen immer, das System muss, wir müssen aus dem System raus, aber das System muss auch aus uns raus, weil wir sind ja alle aufgewachsen innerhalb eines Systems, Erziehungssystem, Kirchensystem, Schulsystem. Was haben wir noch? Politik, Gesundheitssystem, Finanzsystem, ja. Und es erscheint uns ja erstmal alles ganz normal. Wir kommen da rein und wir lernen, dass das normal ist. So wachsen wir auf. Aber wie eng dann eigentlich schon unsere Wände geworden sind, ja, und dass wir oft gar nicht mehr drüber rausblicken können, das ist den meisten Menschen gar nicht bewusst oder wird es gerade in den letzten Jahren wieder bewusst. Und dann kann man natürlich gucken, was begrenzt mich? Also ein guter Schritt ist immer zu gucken, wo will ich eigentlich anders leben oder anders denken? Wo merke ich, dass es noch nicht im Fluss ist, dass es hakt in meinem Leben? Und was begrenzt mich da? Warum kann ich da nicht über etwas hinaus, obwohl ich es will? Und dann hast du eigentlich schon, bist du schon recht nah dran, die Blockade aufzuspüren. Und wie war das bei dir persönlich? Wie war dein Weg? Aber ich sage jetzt mal, eine Akademie zu gründen, das ist ja nichts, was man in der Schule lernt oder was einem die Eltern mitgeben. Wenn man fünf, sechs ist, sagen sie nicht. Und wenn du 18 bist, dann machst du eine Akademie. Wie war das bei dir? Wie war dein Weg, dein Anfang? Ja, mein Anfang war im Prinzip durch eigene Nöte. Also ich habe einfach als Scheidungskind mit viel Wahrnehmung, die keiner mir irgendwie kanalisieren konnte. Also keiner konnte mich da begleiten. Hatte ich schon früh Herausforderungen in meinem Leben und gemerkt, ich bin vielleicht ein bisschen anders oder ich ticke ein bisschen anders oder ich nehme vielleicht ein bisschen mehr wahr als andere oder habe mehr das Bedürfnis, dann das auch zur Kenntnis zu nehmen, wo es andere vielleicht weggeschoben haben. Und so bin ich einfach immer mehr in Schwierigkeiten auch geraten mit dieser Welt. Ja, wenn du eigentlich nicht 3D leben willst, aber 3D wird irgendwo überall gelebt, dann versuchst du dich irgendwie da in die Schablone reinzupressen. Also nicht jeder, aber viele. Und bei mir war das dann auch so, dass ich irgendwo in der Jugend da angekommen bin zu sagen, hey, egal was ich sonst noch da so gelebt habe bisher, das hat mich ja nirgends hingebracht, da versteht mich ja niemand, dann bin ich jetzt eben Mainstream und mache hier mit. Und dadurch haben sich dann natürlich auch Krankheiten, Beziehungsprobleme, andere Herausforderungen eingestellt. Also es war eigentlich eine einzige Baustelle in meinem Leben, muss ich echt sagen. Auch finanziell konnte ich keinen Sprung machen. Es war einfach eine Katastrophe. Und ich hatte so ein paar Schlüsselmomente, die mich daran erinnert haben, dass da mal mehr war. Also weißt du, irgendwann stand ich vor so einer Wand und wusste gar nicht mehr, wo es lang geht. Und das ist manchmal ganz gut, weil dann kann das Herz wieder übernehmen, wenn der Kopf keinen Weg mehr sieht. Und so war das irgendwo. Ich habe mich dann wieder an meine Essenz erinnert, an das, was mal da war und was ich irgendwo bewusst zur Seite geschoben habe. Und indem ich das wieder bei mir integriert habe, wieder gelernt habe, meinen Gefühlen, meinen Intuitionen, meinem Herzensweg zu folgen und auch anderen Menschen wieder natürlich und liebevoll zu begegnen, weil das ist unsere Natur. Wir lernen nur irgendwann, dass wir cool sein müssen und unnahbar und das nicht und so nicht. Aber eigentlich sind wir total liebevoll, wir Menschen. Und das ist so ein Murks, was da mit uns gemacht wird oder was wir untereinander mit uns machen. Und diesen Weg bin ich dann über Jahre recht konsequent gegangen und habe dann eben dabei auch gemerkt, natürlich auch durch meine erweiterte Wahrnehmung, dass es Ahnenthemen gibt, die man auflösen kann, dass es Themen aus anderen Inkarnationen gibt, die man auflösen kann, dass es Themen aus der Kindheit gibt, die man auflösen kann, dass es auch Programmierungen gibt. Weißt du, so Grundprogrammierungen wie das Leben ist Mangel oder das Leben ist Fülle. Das macht einen riesen Unterschied für alle Lebensbereiche, was du für eine Grundprogrammierung hast. Und das ist mir einfach langsam aber sicher alles so gekommen, auch durch viele Rückerinnerungen in andere Inkarnationen, wo ich das schon wusste, wo ich das schon gelebt habe. Also irgendwann war auch klar, ich habe das hierher mitgebracht, um es wieder in die Welt zu bringen. Was mir hilft, kann auch anderen helfen. Und ich bin einfach wieder komplett gesund geworden. Ich hatte eine unheilbare Autoimmunerkrankung, die komplett weg ist seit vielen Jahren und habe eine glückliche Familie gegründet, habe einfach mein ganzes Leben auf Niveau der Fülle gehoben in jeder Hinsicht. Und ja, wenn ich das konnte, aus diesen Baustellen raus, dann kann das jeder. Und so kam das zustande, dass eben Menschen auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch Sandra, dein Leben hat sich so verändert. Du strahlst so, was hast du gemacht? Wie bist du da rausgekommen? Und dann habe ich angefangen, mit anderen zu arbeiten, andere zu behandeln, zu coachen. Und irgendwann wurde das viel zu viel. Dann habe ich gesagt, ihr müsst selber lernen, wie es geht. Eigenermächtigung. Ich bin kein Guru. Ich will nicht mein Leben lang euch behandeln, wenn ihr was habt, sondern ihr sollt selber wissen, wie ihr euch helft. Und so sind die Teki-Seminare entstanden. Und zack, ist es eine Akademie. Und du hast es angesprochen, Ahnenthemen, Inkarnationen. Es ist ja so, ganz, ganz viele, sage ich mal, die forschen jahrelang in der Vergangenheit rum und beschäftigen sich eigentlich fast nur mit ihrer Vergangenheit. Und andere, die gehen in die Zukunft und dann merken sie plötzlich, jetzt zeigt sich was aus der Vergangenheit. Was denkst du, was ist da so der beste Weg, um in die neue Zukunft zu kommen, in das Wunschleben auch zu kommen? Also der beste Weg ist immer der Herzensweg, der Individuelle. Und der darf bei jedem ein bisschen anders sein. Da würde ich nicht zu sehr eine Pauschale draufdrücken. Aber grundsätzlich sehe ich es auch so. Nicht suchen in der Vergangenheit, sondern grundsätzlich mal aufräumen und dann wirklich vorangehen. Eben hier und jetzt mit einer Ausrichtung auf das, was du möchtest, auf das, was du anziehen willst in deinem Leben, auf die nächsten Schritte. Aber wenn du merkst, jetzt zieht eher was zurück, jetzt hindert mich was, dann auch bewusst hinschauen. Aber dann sich nicht verlieren in der Vergangenheit, sondern wirklich bewusst punktuell dahinschauen, auflösen, Freiheit spüren, sich neu aufstellen und wieder geradeaus gehen. Ich vermute auch, dass es oft eine große, große Ausrede ist. Dann heißt das, ja, bei meiner Vergangenheit oder bei meiner Vorgeschichte schaffe ich das in diesem Leben nicht mehr. Was ja ganz, ganz viele Menschen dann sagen. Ja, wie schaffst du das, Menschen auch zu motivieren, dass sie wirklich Mut finden, an sich glauben und wirklich dann auch umsetzen? Vor allem, weil ein großes Thema ist ja auch das Umsetzen, dass man wirklich auch die richtigen Schritte geht und es auch wirklich ernsthaft auflösen möchte und nicht jahrelang irgendwie in Büchern sich verliert. Genau. Also dadurch, dass ich natürlich schon so viel vorgearbeitet habe, ist Teki entstanden und es ist so eine unglaublich einfache, schnelle, effektive Sache, an die Themen ranzukommen. Und wer das mal erfahren hat, der ist im Prinzip, der bleibt auch dabei, weil es gibt nichts Schnelleres. Also zack, was er kann, transformiert wieder hier. Drei Sekunden mit etwas Übung. Du musst nicht lange Verhaltenstherapie und ewige Erkenntniswege gehen. Die Schwingung hat sich heute so erhöht, es geht alles so schnell. Also wir dürfen in diesem Tempo auch weitermachen. Und das ist für mich auch die Energie der neuen Zeit, weil es jetzt eben wirklich nicht mehr darum geht, dass wir uns durch Leiden entwickeln, sondern dass wir wirklich schnell sein dürfen, dass wir jetzt Teil der neuen Welt sein dürfen. Und das Alte einfach, ja, mit einer Erkenntnis noch gerne, aber einfach auch hinter uns lassen dürfen. Und vielleicht mal ein Praxisbeispiel, wenn ich jetzt irgendwie merke, ich habe irgendeine Blockade, eine Sperre, es meldet sich eine innere Stimme, die mir einredet, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Also bei mir beispielsweise, als ich im Podcast gestartet bin, kam der innere Zweifler, der hat gesagt, ja, dich versteht ja niemand als Schwarzwälder mit einem komischen Dialekt und es gibt ja schon so viele Podcasts. Was würdest du dann mir raten? Was soll ich dann in diesem Moment machen, damit ich das auflösen kann? Also wenn du dann Theki könntest, dann würdest du dich einfach in den Theta-Zustand bringen, also mit einem Atemzug, mit der Quelle sozusagen verbinden. Dann hast du ein erweitertes Bewusstsein und dann bist du innerlich einfach in der Haltung, jetzt dieses Thema zu lösen. Und dann führt es dich vielleicht in deine Kindheit und du hörst deine Mutter reden. Das schaffst du nicht, das schaffst du nicht, da bist du noch zu klein dafür, weil sie dich beschützen wollte. Oder dein Vater, der dich immer niedergemacht hat. Nein, ach, du noch nicht und so weiter. Du taugst ja nichts. Und dann kannst du das auflösen. Du kannst dann den Film neu drehen, als hättest du Anerkennung von deinem Vater bekommen oder eben als hätte deine Mutter mehr Vertrauen gehabt und das auch dir weitergegeben. Es kann auch sein, du landest in einer anderen Inkarnation und nimmst auf einmal wahr, dass du da mal irgendwas nicht geschafft hast und seitdem in dieser Angst irgendwo innerlich lebst, es wieder nicht zu schaffen. Drehst du den Film neu, löst es auf, weg ist es. Weißt du, es geht nicht darum, dass das wirklich nicht geschehen sein darf, sondern dass dieser energetische Stempel, auf den du dann immer wieder triffst und der immer wieder dann Situationen danach informiert, dass der weg ist. Und wenn du einen Film neu drehst oder etwas einfach auflöst, dann ist dieser Stempel weg, dieser Abdruck. Und dann gehst du beim nächsten Mal durch die gleiche Situation durch und merkst, oh, jetzt hält mich gar nichts mehr. Und dann kannst du natürlich noch gucken, vielleicht brauche ich jetzt noch eine positive Programmierung in Richtung Selbstwert, Selbstbewusstsein. Meine Stimme wird gehört. Sobald ich spreche in meinem Podcast, strahle ich die richtige Frequenz aus, die die Menschen anzieht, denen ich helfen kann. Ja, wie auch immer. Und zack, bist du komplett neu programmiert. Und hast nicht länger als zwei, drei Minuten dafür gebraucht. Ja, das ist ja genial, wenn es so schnell geht. Also bei mir, ich bin halt einfach durchgegangen und ja, als ich dann auf eins war, habe ich einen Stringshot gemacht und dann war eigentlich das auch aufgelöst. Dann habe ich gesehen, dass das eigentlich kompletter Wahnsinn war, was ich mir da eingeredet habe. Das war dann echt auch crazy. Wow, dann hast du das wirklich mit deiner Willenskraft einfach geschafft. Ja, klar, aber es ist schon ein Krass im Messen dann ständig irgendwo. Also ich habe, ich habe monatelang Mikrofone getestet als Informatiker und meine Frau hat dann zu mir gesagt, ja, so wird es ja nichts. So wirst du ja kein Podcaster, wenn du nur Mikrofone testest. Und dann, ja, dann kam die erste Folge und so ging es dann immer weiter. Dieser Theta-Zustand, wie muss ich mir das vorstellen, dass ich dann Zugriff bekomme auf das Unterbewusstsein und auf diese gespeicherten Programme? Also der Theta-Zustand ist einer unserer Gehirnwellenfrequenzen, die wir immer bedienen, praktisch die Frequenz, die wir auch im Traum bedienen oder wenn wir hypnotisiert werden. Da ist also, der ist sehr gut erforscht und seit den 1960er Jahren gibt es da ganz umfangreiche Bücher drüber auch, wirklich viele Studien rein. Da weiß man sehr genau Bescheid. Im Prinzip ist es so, dass sich erst im Theta-Zustand das Unterbewusstsein eröffnet. Und wir waren ungefähr bis sieben, bis im Alter von sieben Jahren im Theta-Zustand hauptsächlich. Deswegen sind Kinder so programmierbar. Und dann schließt sich das irgendwann. Wir kommen mehr in den Alpha und irgendwann in den Beta-Zustand als Normalzustand im Tagesbewusstsein. Und dann gibt es noch Delta, das Tiefschlaf. Da passiert auch nicht mehr viel. Das ist einfach Regeneration. Und es gibt Gamma, eine sehr hohe Frequenz. Also auch Stress, aber auch zu Höchstleistung fähig. Und wir nutzen im Prinzip beim Teki so eine Kombination aus Theta und Gamma. Also Theta bedeutet, du kommst tief rein. Du bekommst auch diese inneren Bilder oder das innere Wissen, so wie im Traum, weißt du, dass dir auf einmal was aufpoppt. Und dann weißt du ja gut, wenn ich den Opa sehe, dann ist mein Thema jetzt wohl in der Ahnenlinie drin. Dann darf ich da was lösen. Also du wirst da einfach durch dieses erweiterte Bewusstsein im Theta-Zustand auf die Blockaden hingewiesen. Und indem du dann immer mit der Quelle verbunden bist und deine klare Intention sendest, jetzt zum Beispiel das zu transformieren, blitzt da immer wieder Gamma rein und spült das weg sozusagen. Mega. Und du hast es praktisch für dich selber dann auch genutzt oder erfunden, sag ich mal, es ist zu dir gekommen. Welche Dinge durftest du überwinden? Und wann hast du dann gespürt, jetzt geht es wirklich schneller voran? Jetzt kommst du deinem Ziel mit Lichtgeschwindigkeit näher? Das hat tatsächlich bei mir ein paar Jahre gedauert, wo ich auch wirklich dachte, mir kann keiner helfen, ist das mühsam. Ich kann anderen helfen, aber bei mir tut sich nicht halb so schnell was wie bei den anderen. Aber das war einfach meine Strecke, um auch ganz viele Erfahrungen zu sammeln. Also ich habe an meiner eigenen Not so viele Erfahrungen gesammelt. Ich lehre auch überhaupt nichts, was ich nicht am eigenen Körper erfahren habe. Also bei mir gibt es keine Theorie in dem Sinn. Es ist alles Praxis. Und es waren einige Hürden, die ich da genommen habe. Und ich habe auch oft gedacht, jetzt gibst du auf. Aber wenn die Creme aus der Tube ist, wie kriegst du die wieder rein? Das geht halt nicht mehr. Und so bin ich dran geblieben. Und dann bei mir war es wirklich so, also bei manchen Menschen geht es ja auch langsam stetig voran oder schnell stetig. Bei mir war es eher so, als hätte ich jahrelang Anlauf genommen und auf einmal, bam, habe ich alles durchbrochen und war wie von heute auf morgen in einer neuen Realität. Also auf einmal war mein Traumpartner da, auf einmal war mein Leben in Fülle, auf einmal haben alle Menschen mich nur noch angelächelt. Auf einmal war ich gesund. Also bei mir war es wirklich so ein Quantensprung, ein Totaldurchbruch. Aber das ist wirklich bei jedem anders. Und dann ist ja oft die Gefahr, dass man dann zurückdenkt an das Alte und denkt, das kann doch nicht sein und ich war doch krank oder ich hatte kein Geld oder irgend sowas. Und das führt ja oft auch dazu, dass die Leute sich wieder zurückbewegen. Wie hast du das geschafft, dass du das Alte dann wirklich auch ausblendest, dass du das nicht wieder in dein Leben lässt? Für mich ist das eine Frage der Schwingungsebene. Also wenn du wirklich so einen Durchbruch hast, ja, du erhöhst ja deine Schwingung mit allem, was du auflöst, mit allem, was du niedrigschwingendem alte Traumen und so weiter loslässt, kommst du ein Stück höher in deiner Grundschwingung. Und natürlich kann man dann von dem neuen Plateau aus noch runtergucken und sagen, puh, da habe ich mir aber einen Aufstieg vorgenommen. Aber den noch für real zu halten, das Alte noch für real zu halten, das war keine Option mehr. Also ich war einfach dankbar. Ich habe einfach gemerkt, jetzt bin ich da angekommen, da kann mich nichts mehr zurückwerfen. Ja, vielleicht bleibt nicht alles so, wie es ist. Vielleicht komme ich noch wo ganz anders hin, aber darunter nicht mehr. Du hast vorhin den Herzensweg angesprochen. Wie kann ich denn meinen Herzensweg finden, meine Berufung, wenn ich da jetzt denke, okay, ich möchte was ändern in meinem Leben. Ich weiß aber jetzt nicht, in welche Richtung es denn gehen kann. In der Regel wissen die Menschen schon, in welche Richtung es gehen kann. Aber sie glauben nicht, dass diese Richtung funktioniert. Deswegen blenden sie das immer wieder aus. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt dran denken können, was wir vorhin besprochen haben, als du deinen Podcast gestartet hast. Eben nicht die Idee zu negieren, sondern zu sagen, Moment, ich möchte das tun. Ich glaube aber nicht dran. Ich habe Angst, abgelehnt zu werden oder kein Geld damit zu verdienen oder was auch immer. Zu scheitern auf irgendeine Art und Weise, nicht gut genug und so weiter. Das schaue ich mir an. Weißt du? Also es ist oft der falsche Weg, der einfach eingeschlagen wird, dass man dann sagt, die Idee muss ich verwerfen. Aber die Idee, das ist ja die Inspiration. Das ist der Herzenswunsch. Das ist das, was wir schon mitgebracht haben. Und vielleicht darf das noch kultiviert werden. Ja, also manchmal ist es eben, keine Ahnung, jemand liebt Fußball, ist aber schon 45, dann ist die Möglichkeit, jetzt noch ein großer Weltstar zu werden, vielleicht nicht so groß. Ja, aber vielleicht darf man die Richtung trotzdem weiterverfolgen und wird dann ein super erfolgreicher Kindertrainer, Jugendtrainer oder entwickelter ein Spiel über Fußball oder was auch immer. Ja, also sobald man sich eingesteht, das wäre es eigentlich, da hüpft mein Herz, da kommt die Freude, da bin ich ganz in meinem Element, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige. Wenn man sich das eingesteht, ohne gleich das Ego reinkommen zu lassen, das alles wegbügelt, dann öffnen sich mehr Möglichkeiten dazu. Dann hast du immer die Möglichkeit, so wie du jetzt dann einen Podcast zu machen oder Bilder drüber zu malen oder was auch immer, Menschen zu interviewen. Du kannst tausend Dinge dann tun. Ein großes Thema im Bereich der Freiheit ist ja auch immer das Geld. Das heißt, Menschen treffen Entscheidungen oft des Geldes wegen und weniger des Herzens wegen. Was würdest du denn sagen, wie kann man es denn schaffen, sage ich mal, auch mehr Fülle in sein Leben zu ziehen? Habt ihr da auch etwas in eurer Academy oder eine Komponente mit drin? Weil das ist ja oft der Hauptgrund, der die Leute hindert, etwas zu tun. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Auch das, was ich vorhin kurz angerissen hatte, ob du eine Grundprogrammierung der Fülle oder des Mangels hast. Das geschieht tatsächlich mit deiner Entstehung, also Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und dem ersten Lebensjahr. Da entscheidet sich das, ob du auf einer Basis, also das Fundament des Hauses, ja, ob das Fülle ausstrahlt für alle Zimmer, für alle Möbel, für alles, was da dann noch reinkommt oder Mangel. Und da können wir eben auch rückwirkend noch sehr gut aufräumen. Also Menschen, die zum Beispiel nicht erwünscht waren, die ein Unfall waren, das sind ja geschätzt ungefähr 75 Prozent der Weltbevölkerung. Die brauchen erst mal das Gefühl, erwünscht zu sein. Ich darf wirklich da sein. Ich habe eine Daseinsberechtigung, weil nur dann darf ich auch empfangen. Wenn ich gar nicht hier sein darf, sollte ich mir auch nichts nehmen, oder? Also das ist ein Aspekt unter vielen, diese Basis da ganz gesund mal aufzubauen. Im ersten Lebensjahr zum Beispiel, die Mutter, die ist die Welt. Da gibt es noch keine Trennung zwischen mir und der Mutter, kein Ich und Du. Es ist eins. Die Mutter ist die Welt. Das heißt, wenn ich von meiner Mutter alles bekomme, was ich brauche, gestillt werden, gehalten werden, getragen werden, einfach sie spürt, was ich brauche, sie weiß, was ich brauche. Ich habe immer eine trockene Windel. Dann, das sind einfache Dinge, ja? Es hört sich profan an, aber das ist so wichtig, weil so entsteht unsere Basis, dass wir dann das gleichsetzen mit der Welt. Ich bekomme immer alles, was ich brauche. Für mich ist immer gesorgt. Ich muss da auch gar nicht so viel tun. Ich muss keine Leistung bringen. Es ist so. Einfach nur, wenn ich da bin. Ja. Also das sind ganz, ganz tiefe Muster, die wir da verändern können, wenn wir den Film neu drehen und eben den Menschen wirklich dieses Fundament von Fülle geben. Dann strahlt es in Beziehungen, es strahlt in Finanzen, es strahlt überall hin. Und natürlich kann man sich dann auch noch ganz konkret mit inneren Überzeugungen, Quantenfeldern, was auch immer, auf Fülle ausrichten. Und ja, ein großes, großes Thema ist ja auch das Manifestieren. Das heißt, es gibt Leute, die haben Vision Boards, die haben Mind Movies. Es gibt ja ganz, ganz verschiedene Dinge. Ja, ich sage jetzt mal, sein Traumleben sich mal zu designen auf dem Brett, auf der Wand in einem Film. Welche Methode empfiehlt ihr, wenn ihr sagt, okay, wenn du jetzt was ändern möchtest in deinem Leben, du weißt, wo du hin möchtest, dass du das in deinem Leben ziehst, wie würde das energetisch bei euch funktionieren? So wie bei jedem Menschen. Also bei euch. Ja, dein, du hast ja, glaube ich, auch Trainer, sage ich mal, oder bei dir jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe eine Idee, ich möchte dort leben oder ich möchte dieses oder jenes in mein Leben ziehen. Weiß schon, was du meinst. Du hast angesprochen, ein Partner kann sein, ein Haus für die Kinder, Gesundheit. Das ist ja letztendlich alles, sind das Ziele, die man, die man in seinem Leben sehen möchte. Also Vision Board ist grundsätzlich überhaupt nicht falsch, aber es nur zu sehen reicht nicht. Es geht darum, es wirklich zu fühlen. Also wenn du dann an deinem Board vorbeiläufst, dann, und da nehmen wir den Porsche, auch wenn es das Materielles ist, da hängt der Porsche. Das nützt nicht viel, weil du bist hier, der Porsche ist da. Der ist immer noch im Schaufenster und du hast ihn nicht, ja? Wenn du dir aber dann jedes Mal, wenn du vorbeiläufst, vorstellst, wie du deinen Schlüssel aus der Tasche ziehst, wie du da hinläufst an deinen Porsche, ding, ding, auf geht da, du steigst ein, du riechst den Geruch, du machst den Motor an, hörst das Geräusch, fühlst deine Freude, dass du da jetzt losfahren darfst und drückst aufs Gas und es drückt dich in deinen Sitz rein, so wie du es eben willst. Dann hast du schon besser manifestiert. Und dabei ist es wichtig, sich zu beobachten, kann ich mir das überhaupt vorstellen? Glaube ich das überhaupt? Oder wem mache ich hier was vor? Also wenn das noch nicht richtig funktioniert, dann gibt es da noch Blockaden, die erlöst werden wollen. Und das machen wir dann wieder auf die Art, wie ich es schon erklärt habe. Dann gucken wir, was hindert mich daran, in Fülle zu leben, wo ist die Blockade, auch Geld oder tolle Freundschaften oder was auch immer in mein Leben zu ziehen und dann kommst du wieder auf irgendwelche Urtraumen, Urblockaden, dass du da vielleicht schon mal enttäuscht wurdest in Freundschaften, wie auch immer und deswegen jetzt schon lieber das blockierst als anziehst, auch wenn du es dir eigentlich wünschst. Also Wunsch und Unterbewusstes passt nicht immer zusammen. Und das müssen wir einfach wieder so zusammenfügen, dass es passt. Und ein groß, großes Thema sind ja auch die Visionen. Was ist denn deine Vision? Also wo möchtest du in ein paar Jahren selber stehen, beziehungsweise wo möchtest du, dass die Menschen sich in ein paar Jahren auch befinden? Also bei mir persönlich ist es tatsächlich so, ich habe keine Wünsche mehr. Also ich habe da schon öfter, auch in letzter Zeit gerade mit Menschen drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, so aufgeräumt zu haben in mir, dass ich an nichts mehr anhafte, weißt du? Weder an der Vergangenheit, noch an irgendwelchen materiellen Dingen, noch an der Zukunft. Das ist alles, ja, sagen wir mal, Spielzeug für uns Minigötter, die hier inkarnieren, um unsere Erfahrungen zu machen auf dieser Erde. Aber es ist jetzt nicht mehr so interessant für mich. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich so aufgeräumt habe, kann mein Seelenplan voll und ganz durch mich wirken. Und ich treffe auch bewusst gar nicht mehr die Entscheidungen, sondern es geschieht durch mich. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren, wenn da etwas Neues kommen möchte. Und das ist eigentlich eine recht entspannte Situation, muss ich sagen, weil du weißt einfach, das Leben ist immer für dich. Und solange du nicht im Widerstand bist, läuft alles. Und das wünsche ich mir für alle Menschen. Weil wenn alle Menschen wirklich in ihrer Kraft wären, ihren Seelenplan leben würden, dann wäre die Welt von heute auf morgen liebevoll und friedlich, glaub es mir. Weil niemand will den ganzen Mist, den wir hier gerade erleben. Ja, das will gar niemand. Aber es sind, alle Menschen sind so multiple traumatisiert und haben so viele komische, ungesunde Muster sich angeeignet, dass sie meinen, dass das normal ist. Und wenn man alles Lebensfeindliche mal aus sich rausnimmt und auch im Außen immer mehr abbaut, weil man merkt, das hat nicht die richtige Energie, das möchte ich nicht leben, dann wird das automatisch wieder ein großes Ganzes. Weil die Seelenpläne, die passen immer zusammen. Da treffen sich immer die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Wir sind alle so wie ein Uhrwerk, weißt du, wie Zahnräder in einem riesigen Uhrwerk. Wir ziehen uns zum richtigen Zeitpunkt an, wir kommen zum richtigen Zeitpunkt zusammen, wir haben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Ideen. Das ist alles im Fluss, wenn wir uns nicht dagegen wehren, was wir unbewusst leider oft noch tun. Ja, und ein großes Thema, ich sage jetzt mal beispielsweise auch die Schwingung in Deutschland. Also ich merke es immer, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, dann ist es irgendwie eng. Wenn man einkaufen geht, dann werde ich gemaßregelt, ich werde belehrt, wie ich das jetzt aufs Band legen soll oder wie ich jetzt da mit dem Einkaufswagen fahren soll. Also jeder ist praktisch bestrebt, irgendwie den anderen zu kritisieren. So kommt es mir manchmal vor, beziehungsweise diese Herzlichkeit, diese Liebe, die du vorhin ja auch erwähnt hast, die ja eigentlich in jedem von uns drin steckt. Aber wenn man sich dann trifft, dann wird irgendeine Show gespielt oder irgendein Programm heruntergespult. Wie kann man es denn schaffen, mehr und mehr Menschen da herauszuholen beziehungsweise die Schwingung jetzt für ein ganzes Land oder einen ganzen Kontinent anzuheben? Weil das ist ja, glaube ich, dann das, wo es eigentlich hin soll. Absolut. Und du sprichst mir wirklich aus der Seele auch mit diesen Situationen, die natürlich jeder kennt und die einem immer mehr auch auffallen. Und ich bin auch froh, ein paar Monate des Jahres oder einen Großteil meines Jahres in Kapstadt verbringen zu können, wo da wirklich ein anderer Wind weht. Und gerade, wenn man wieder zurückkommt, merkt man es ganz besonders, wie dicht es hier alles ist. Aber der Schlüssel ist eben wirklich, mit Liebe auf alles zu blicken. Und das ist, so sehe ich das, unsere Aufgabe, auch unsere Lernaufgabe, eben nicht in dem Moment auf die 3D-Spielchen einzugehen. Das sind im Prinzip Spielchen um Lebensenergie. Wenn ich dich maßregle und du akzeptierst, dass du falsch bist, geht deine Energie in dem Moment an mich. Und du musst dir nachher mit dem nächsten Spielchen irgendwie deine Lebensenergie wieder zurückholen. Du bist vielleicht jemand anderen maßregeln oder bist vielleicht Chef und maulst deinen Angestellten an oder was auch immer. Das zieht sich immer weiter. Genauso wie ein schönes Lächeln und sich durch Mengen ziehen kann, so kann sich auch das Negative durchziehen. Und je mehr wir lernen oder je mehr wir in uns aufgeräumt haben, umso weniger dockt das bei uns an. Also dann wirst du gemaßregelt, aber du siehst durch die Situation, durch die Not des Menschen, der das gerade tut. Du siehst, dass dieser Mensch einfach extrem enge Wände hat. Seine Natur ist auch Liebe. Das ist auch eine inkarnierte, wunderschöne Seele. Genauso wie wir alle. Aber er ist noch dichter als die anderen. Und deswegen verhält er sich so, weil er sich nicht gut fühlt, weil er sich falsch fühlt. Und andere sollen sich auch falsch fühlen. Und wir kommen da nur raus, wenn wir lernen, mit Liebe da drauf zu blicken. Und wenn du dem Menschen in dem Moment in die Augen schaust, vielleicht sagst du gar nichts. Vielleicht sagst du einfach was Nettes. Vielleicht fragst du einfach, wie fühlt sich das an. Was auch immer. Dann bricht das zusammen. Also das hält sich nicht. Der Mensch wird dich nicht mehr weiter maßregeln. Vielleicht wird er abhauen, schnell sein Zeug vom Band nehmen und gehen. Vielleicht wird er das Gespräch suchen, aber da tut sich dann was Neues auf, weil du die Ebene über dieser Situation hältst. Und so, wenn deine Frage jetzt weiter strahlt auf Länder und Kontinente, es beginnt alles in uns. Es beginnt nie in der Politik. Also im Kleinen tun wir das genauso, indem jeder nach sich guckt und dann einen immer größeren Radius sozusagen an Liebe zieht, an Verständnis zieht und immer mehr Menschen ansteckt. So könnte es auch gehen. Und im Großen, klar, gibt es Menschen, ich tue das auch, die wirklich auch regelmäßig Heilung in die Welt pumpen, kollektive Felder aufgreifen. Also es gibt da dann schon Möglichkeiten, wenn du mit dir so weit fertig bist, dass du sagst, jetzt kümmere ich mich ums größere Ganze und schau mal, was ich da noch zu tun habe. Und da kann man viel tun, auch mit den Leihlinien, mit der Matrix der Erde. Wo gibt es was frei zu pusten? Wo hängen noch Kriegsfelder, traumatische Energien, an die ich ran darf? Wir dürfen auch nicht überall einfach ran. Manches geht uns einfach nichts an. Aber manchmal sind wir durch unsere Vorfahren, durch unsere Seelenbiografie oder einfach durch die Aufgabe, die wir hierher mitgebracht haben, in der Lage tatsächlich auch auf größere Felder zuzugreifen. Und das fällt mir tatsächlich deutlich einfacher aus Kapstadt. Weil da ist es frei. Also das ist egal, wo du bist, es ist immer irgendwie anders, aber es ist eigentlich nie so eng wie in Deutschland. Das ist das, was mir so auffällt. Also schon in der Schweiz, in Österreich ist es schon anders. Ich sage ganz viele. Wir waren in Wien letzte Woche, da ist es ganz, ganz anders. Also da pulsiert es. Es ist irgendwie strange. Aber ich glaube auch, wenn jetzt beispielsweise in Deutschland das Ganze kippt, dass es dann wirklich auch Auswirkungen hat, gleich auf ganz Europa, beziehungsweise die ganze Welt nochmal. Also das ist auch so eine Vermutung von mir, dass da jetzt so der Endkampf gerade stattfindet oder sowas. In Mittelerde. Genau, so kommt es einem vor. Also dass da jetzt irgendwie besonders viel Energie auch drauf ist. Also das ist ja auch, dann schaukelt es sich ja auch noch mehr hoch, wenn alle Energie da draufgegeben wird, Widerstand und so weiter. Ja, und es ist ja oft so, auch wenn wir eine Blockade in uns haben, genau da verdichtet sich alles, da zieht sich alles zusammen. Und irgendwann wird immer mehr in Mitleidenschaft gezogen, weil alles durch diese Blockade mitblockiert wird. Und wenn du die Blockade löst, dann löst sich alles. Und so kann man schon sagen, dass Deutschland da so ein Herzstück ist. Oder der deutschsprachige Raum, absolut. Da habe ich auch schon viel drüber gesprochen. An anderer Stelle schon alleine durch die deutsche Sprache wird ganz viel auch freigesetzt. Und auch die Tatsache, dass wir diese Sprache gar nicht mehr so nutzen, wie sie eigentlich gemeint ist, sondern ganz viele Anglizismen drin haben, die eine andere Bedeutung haben. Anglizismen sind nicht das Problem, sondern wenn das Wort dann was anderes bedeutet, dann stoppt der Satz, dann stoppt die Energie und dann stoppt der ganze Energiefluss im Gespräch und im Buch und überall. Und das zieht wieder so große Kreise. Also da ist sehr, sehr vieles, was man da noch ansprechen könnte. Ja, ich denke auch, je mehr Leute, sage ich mal, sich auch mit diesen Themen beschäftigen und ich meine, die meisten oder fast alle werden merken, dass es irgendwie nicht mehr passt, nicht harmonisch ist, sich irgendwie auch komisch anfühlt, hart anfühlt. Aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, wie der Shift dann noch schneller gehen kann. Es ist wirklich viel passiert, aber man hat dann doch immer das Gefühl, man kommt immer wieder zurück und es hat sich nicht viel getan. Dann ist man ein halbes Jahr weg, dann kommen wir zurück und dann denkt man, oh Gott, jetzt ist doch mal besser. Und dann ist es irgendwie immer schwierig. Aber gehen ist ja letztendlich auch nicht die Lösung. Wir nehmen ja uns dann wieder mit, die Energie. Ja, ich finde, es verändert sich schon. Also wenn wir jetzt die Menschen angucken, 2018, wo scheinbar noch alles in Ordnung war, dann 2020, die Schockstarre, 2021, 22, wir wissen alle, was da so gelaufen ist. Ich finde, 2023 war jetzt schon leichter von der Energie her. Es war aber halt noch nicht, es ist noch nicht frei. Es ist leichter, weil was in Bewegung gekommen ist, was komplett eingesperrt, eingefroren war. Also der Eisklumpen fängt an zu schmelzen. Vielleicht können wir so sagen, so würde ich das wahrnehmen. Aber das dauert noch. Das ist ein großer Eisklumpen. Was hast du denn für eine Prognose? Was würdest du denn denken? Wann kann man zurückkommen? Und es ist wirklich alles Blumenwiese, angenehm. Jeder hält jeden die Tür auf und unterstützt am Kassenband. Und er hat wirklich dann wohlwollende Worte für jeden. Wann denkst du, wann das schaffbar ist? Also ich habe ja in meinem Buch Involution über das große Weltenjahr gesprochen, um diesen großen kosmischen Zyklus auch, wo wir jetzt gerade wirklich auch astrologisch, rechnerisch und auch laut der alten Schriften, vieler alten Schriften in ein ganz neues Zeitalter reingehen. Und der Wendepunkt war 2012. Und dann spricht man immer von 20 Jahren vorher und nachher als Übergangszeit. Und das heißt, 2032 müsste die Sache schon ganz, 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 ganz anders aussehen. Aber natürlich sind wir auch jetzt schon durch das Dickste durch. Also zumindest im Menschlichen. Es kann natürlich sein, dass es jetzt noch weltliche Umwälzungen gibt. Also wenn das nicht beendet wird mit all den Kriegen und all dem, was da so ist, dann kann ich mir vorstellen, dass auch Mutter Natur da noch sich stärker dazu äußert, dass das nicht mehr erwünscht ist. Ja, um das mal so auszudrücken. Und das finde ich aber gerade auch das ganz Wichtige und Einladende an dieser Zeit. Und das habe ich auch schon in der C-Zeit gesagt. Wir können uns immer weniger auf das Außen verlassen. Wir können uns nicht auf die Systeme verlassen. Wir können uns nicht auf die Rente verlassen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass irgendjemand unsere Gesundheit, unser Leben oder unser Land rettet. Das wird immer offensichtlicher, dass all diese alten Systeme dem Untergang geweiht sind. Und jetzt kommen seit über einem Jahr schon ganz heftige Naturgewalten dazu. Die ganzen Erdbeben, die Tsunamis, die Vulkanausbrüche. Alles nimmt zu, die Überschwemmungen. Also merken wir auch, dass wir auch da nicht mehr so sicher sind, wie wir uns mal gewähnt haben. Und wozu lädt uns das denn ein? Das lädt uns ein, die Sicherheit in uns zu finden. Wenn sie außen nicht mehr zu finden ist, dann ist sie hier zu finden. Und nirgends anders. Ich nehme mal so gerne das Bild von dem Surfer, der einfach die Wellen reitet, wie sie kommen. Weißt du, er kann das nicht vorher berechnen. Informatiker hin und her, du kannst nicht wissen, aus welchem Winkel die Welle mit welcher Kraft, in welcher Höhe genau dann auf dich trifft. Du kannst es nicht berechnen. Du hast auch die Zeit nicht dafür. Also musst du dich auf dich verlassen. Du musst sagen, die Wellen, die kommen eben, wie sie kommen. Ich habe in mir alles, was ich brauche, um auf meinem Brett stabil zu stehen und da stabil durchzunavigieren. Und ich werde zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, wenn ich mich führen lasse, wenn ich weniger denke und mehr das Herz öffne. Und dazu lädt uns diese Zeit ein. Und das ist ein kollektives Thema. Das gilt für die Mexikaner genauso wie die Deutschen oder die Amerikaner oder die Afrikaner oder wer auch immer. Mega, mega. Vielen, vielen herzlichen Dank für das wundervolle Interview. Liebe Sandra, ich habe noch eine abschließende Frage. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wenn man mehr jetzt über Teki erfahren möchte? Einfach mal bei mir vorbeischauen. Ich habe einen großen YouTube-Kanal, wo ich sehr viel einfach auch über die aktuellen Zeitqualitäten herausbringe, Interviews herausbringe und so weiter. Und auf meiner Homepage findet man die ganzen Infos über Teki, auch über die Seminare. Alle Seminare gibt es in Präsenz, aber auch in Online bei mir und auch bei meinen Mitarbeiterinnen. Ich habe zwei Bücher geschrieben, eins über Teki und den Entwicklungsprozess und eins dann noch über den Dimensionswechsel, in dem wir uns jetzt befinden. Das heißt Involution. Also wer gerne liest, holt sich ein Buch, wer gerne hört, hört meinen Podcast oder kommt einfach mal zu uns im Seminar vorbei. Teki 1 ist der Start für alles und bei jedem Menschen auch tatsächlich für ein ganz neues Leben. Wer das möchte, wer bereit dafür ist. Mega, mega. Den Link findet ihr auch unter dem Video zu Teki 1. Schaut vorbei bei Sandra. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Sandra, für das wundervolle Interview. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ich danke auch von Herzen. War wirklich schön. Ciao. Ciao.